DPD kann die Fahrtstrecken der Zusteller ganz genau auswerten und nutzt die Daten in Preisverhandlungen. Ein DPD-Manager erklärt im Interview, wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Zusteller durch eine optimierte Routenführung täglich eine Stunde einsparen kann, dann geben wir diese Info ans regionale DPD-Depot weiter und die nutzen das in Preisverhandlungen mit dem Subunternehmer. Der DPD-Manager weiter, wir zwingen niemanden, unsere optimierten Routen zu fahren, es ist nur ein Vorschlag an den Subunternehmer, vielleicht mal mit dem Zusteller zu sprechen.